Jo Leute Willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir mal wieder Baro Ich glaube das ist jetzt, ehrlich gesagt jetzt die Folge die aktuell ist Ja genau, ich würde sagen wir gehen rein Also am gleichen Tag, was? Ich würde sagen wir gehen jetzt rein man Ok, ja 3, 2, 1, go So und in der letzten Folge haben wir uns leider nicht gefunden Ja man, ich hoffe niemand hat eine Höhle von uns gefunden Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt wie man Papiercraftet Ich kann hier nicht raus, ah doch jetzt Scheiße war das peinlich, Alter Ok komm Ja man Ähm Warte ich muss kurz was Ich hab kein Holz aber zugegriffen Ey wer ist das? Wir schauen dir verfügbare Befehle an Äh Äh Was? Ich Ich mach mir kurz ein Open, weil ich hier essen kann Warte Tja Ok Geiler Wo bist du? Äh Ja ich weiß noch immer nicht Warte ich muss erst mal schauen wie man hier Ja ich muss unbedingt finden, weil Ich hab ein Buch, perfekt Ok ich mach jetzt ein, äh Ähh Enchantment Table Ok ich, ich hab's gestrachtet ok Behalt alle Level ok Nice ok, ich mach kurz Wir müssen uns finden, sofort Ja, ja Aber ich hab ja noch Essen Nice Ja Wie lele Putschst du noch ein bisschen Stein ab Wie bitte? Wieviel Level ich habe? Wie viel Level hast du? also ich hab elf schon. Ja, Level. Ja eben, 11 Level. 11, ich hab jetzt 10. Ok. Ok, ich, ich, kurz. Ich brauche hier Kohle auf, weil ich mehr Level habe und einfach mehr Kohle. Ja, alles. Wie gesagt, hast du so geil. Ja, ich benutze gerade das auch. Spürst du auch mit dir? Ja, klar, Mann. Ich farm kurz ein bisschen Steine hier. Ok, wo bist du hingegangen? Lava? Ist auch neben mir. Ja, ich bin irgendwo ganz unten. Hä? Was ist das, wo wir diese Mine hier gefunden haben? Alles klar. Ey, warte, ich hab deinen Arm gesehen, ein Sneak mal. Ich seh dich. Ja, ich seh dich, ja. Lol, seh dich. Jetzt hab ich Glück gehabt. Hä? Ja, ja, das wirst du. Ja, guck mal. Habe ich, hab ich da die erst gesehen? Achso. Ah, hier, wo was siehst du mal ist? Ja, es lab ist und so. Ich brauche, äh, ich meine, Reds oder ich werde mich bei euch haben. So, ich weiß nicht, wo du bist. Warte, doch, doch. Da, ich sehe dich doch, kommt mir. Ah, hä? Alles klar. Ja, ok, wir haben uns gewonnen. Nein, alter. So, ok, jetzt müssen wir halt nur schauen, vielleicht ob wir noch die ausfinden. Wir sind Höhe. Da vorne war ein Lavase. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Komm jetzt, komm jetzt. Oh, ich hab' ja gar nicht. Nein, komm jetzt. Oh, du kannst sein, aber ich hab' ja gar nicht. Ich hab' ja gar nicht. Ich hab' ja gar nicht. Ich hab' mein Essen vergessen. Digga, ich hab' gerade... Legs, man. Ok, jetzt geht's weiter. Keine Ahnung, was da los war. Hey, wo hab' ich jetzt mein Essen hinterher hingelassen? Äh, ja, die Frage ist, wo... Digga, wie kommt das jetzt, diese Scheiße? Wo alles? Warte, oh mein Gott, wer ist da runtergefallen? Warte. Okay, war... Nichts passiert. Digga, wie geil ist das hier? Okay, warte mal. Am besten fahren wir weiter Dias, oder? Digga, ich hab' Standard Legs. Mach mal. Ach so. Nein, nein, nur mach mal. Ja, ich such' mir gerade auch noch Dias, aber halt. Hier, hier, jetzt labern. Da, ich muss mal... Also hier war das ruhig, ruhig. Ja, okay, Strip, mein du mal. Nein, ich, ich weiß ja, ich kann mir das hier maiten. Nein, kommst du mir bitte. Was willst du jetzt machen? Weiß ich. Ja, Dias suchen, dann würd ich mal sagen, zum Nelle. Ja, kommst du mir. Und wir müssen übelst wieder die Eisen-Scherter machen, damit wir als... Ja, ich soll schon mal die Croften. Äh, nein, noch nicht jetzt. Gib mir kurz das ganze Eisen, trotzdem. Okay, warte. Okay. Ich glaub, ich hab' dir einen ganzen Zettel. Und ich hab' noch... Geh das auch. Oh, fuck. Äh, gib mir noch ganz Gold. Gib mir noch ganz Gold. Achso, mach... Ja, genau. Blatt alles, okay? Blatt einfach alles. Ja, ich mach' dir so viel Löffel, wie es geht. Was? Ich hab' schon genug, schon. Ah, hier, fuck, alle. Essen, vor allem, wir haben wir noch müssen. Unbedingt Essen fahren. Ja. Davon ist Lapis. Ja, da oben, meine ich. Gut, nehmen Lapis, müssen Dias sein. Vielleicht. Kann sein. Oh, fuck. Ähm, hier rein. Warte, ich brate irgendwo mal hier ein bisschen. Oh, jetzt hab' ich geholt, ja. Ich will schon auch mal, dass noch kein Lava habe. Kein Lava-Ding. Äh, Bucket. Noch immer nicht. Nein. Weins. Hast du kauft? Okay, mach' mir kurz mit eins. Ähm. Komm, kurz zu mir. Ich hab' einen. Komm, gib. Warte, was auf. Ich hab' einen. Okay, hier hast' noch äh... Geistes. So. Okay, hier. Ein bisschen ich. Für den Sticker. So. Hier, komm, nimm. Ich nehm' kurz einen. Ich hab' eine Kohle. Oh, Kohle. Hier, hinter dir. Nicht essen. So, danke. Äh, was hab' ich hier noch... So, wir haben schon mal neun. Hast du einen Apfel? Ja, hab' ich. Wir dürfen, oder? Ja, ja, klar. Gib' mir mal. Wir machen jetzt schon einen Apfel, falls nur... Warte! Wir sind alleine, oder? Oh, fuck, man. Ich hab' gar nicht so Angst bekommen. Äh, warte, komm. Hier, äh, ich mach' schon mal einen, okay? Okay. Was? Goldaufe für dich. Ich brauch' noch einen Teil. Für mich? Okay. Äh, ich brauch' noch... Hast du Sticks, oder so? Äh, nein. Oh, ich brauch' unbedingt Holz. Unbedingt Holz. Ey, kannst du mir die zwei... äh, drei Eisen gehen, bitte? Drei Eisen hier, ne? Ja. Dankeschön. Glaubst du'n super viel. So, äh, hier poppen wir... Och, scheiße, haben wir viel. Alter, hab' ich ja... Hab' ich ja schon mal. Wir sind noch hier, äh, elf, oder? Okay, meine, bis zu dir? Äh, ich hab' mal... Und mir ist nicht Lava. Okay. Digga, ja, es liegt die ganze Zeit, ne? Ja, ja, mach' ich. Ich kenn' mich sowieso noch, ne? Ja. Kommt halt drauf an. Komm schon, bitte, bis der Dias kommt. Okay, bis jetzt. Keine vor, komm', ich mach' jetzt. Ähm. Also, ich geh... Ja, was machst du jetzt? Ja, ich schau' jetzt auch eben, wegen Dias. Ich stripp' meinen, glaub' hier einfach schonmal. Ja, komm, oder komm' zu mir, ich baue mich gerade aus und du in, äh, Seiten, okay? Ja, okay. 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 Warte, ich auch kurz hier. Oh, hier ist Red Zone. Nice. Okay, warte, wo bist du? Hier. Okay. Fang hier. Ein ganzes weg. Fang hier, guck mal. Wo bist du? Ja, guck mal, noch mal an. Ah, wieso? Nein, bist du dumm? Hebst du dumm? Ah, hier. Mach hier immer zwei Abstand, okay? Ja, klar. Von Digga, ich weiß nicht was. Zeig. Geld drei Abstand, ne, Spaß. Oh, mein Gott. So. Okay, ich hoffe mal, wir finden Dias. Scheiße! Was? Was ist los? Bett ihm. Hä? Nein, oder? Hä, was passiert? Halt doch meine Aufnahme! Scheiße! Was? Ach, egal. Was ist passiert? Hä? Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich kann dir das gar nicht sagen. Ach, egal. Okay, auf jeden Fall. Jetzt bekommen wir Ärger. Meine Aufnahme hat wieder gestoppt, Alter. Scheiße. Bist du dumm? Ja, wir bekommen Ärger. Hast du dich haut genommen? Hä? Doch, doch. Aber halt. Hä, bist du dumm? Ist wegen Regimado. Hä? Ja. Hä? Ich sag's dir dann später. Okay, ich hab irgendwie nicht aufgenommen. Es ist bei mir so, bei Bandicam. Ich kann's nicht ändern, es tut mir leid. Aber ihr könnt euch sicher sein, ich... Oh, hier ist Labe. Ich muss schonmal schwarze Balken oben und unten machen. Ich hecke dich oder so. Ich hecke dich oder so. Ey, was bist du? Teil. Wie heißt es? Ja. Ja, was? Ja. Bist du dumm? Holm nach dem oder was? Nein, nein, etwas anderes. Hä? Es... L. L? Ja. Bist du dumm? Was lachst du, Alter? L. Alter, bist du irgendwie geistig zurückgeblieben, Mann? L? Ja. Das heißt doch einfach, die haben sowieso mitbekommen. Nein. Lava. Alles klar. Ne, ne, ich mach einfach schwarze Balken, sag's dir dann später. Digga, wir finden keine Dias. L. Was... Was meinst du mit L? Denk mal so nach. Dias? Nice. Aber denk mal so nach. 2. 2. Aber nicht so. 3. 3. Oh Gott. 3 Dias. Mal... Oh mein Gott, hab ich wieder schocken? Ja, ähm... Nicht so. Egal, sag's mir daran. Nicht laut sein. Hä? Bist du dumm? L? Ja, Mann! Anfang des Buchstops ist L, oder wie? Ja. Und Schluss ist D. Warte. Und die zweite Buchstabe? L. Ah. Hä? Alter, bist du irgendwie zurückgeblieben oder so? Ich check's immer noch nicht. Ach egal. Ey, hier geht's irgendwie weiter. Ja, hab ich schon gemacht. Hab ich Dias gebunden. Nein. Nein, nein. Hier ist auch Lauf. Lauf ist Lauf so. Ja, nimm das mit. 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 Ich hab noch 3, die es gebunden. Nur so als die Buch. Gold. Fahre mal auch Lauf hier, Digga. Das gibt hier richtig viel. Ja, ja, das weiß. Ey, wir müssen dann mal wieder zurück, ne? So, ja. Oh nein! Giftspinn! Ey, hier ist ein Giftspinn. Ich lass sie da einfach mal. Hä? Wo ist mein Gold? Den ich eingesammelt habe. Hüp. Ach, Juck. Ähm. Eins, zwei. Alter, übelst viel Gold. Ja, Mann, hier. Ja, hier. Sattgasse. Wow! Wow! Ja, komm, mach weiter bei mir. Alter, viel Gold. Alter! Ich hab nie so viel Gold gefunden. Ja, sag jetzt, komm. Was? Was hast du? La? La? Wie viel Buchstaben hat das immer? Oh nein! Ich wurde vergiftet! Scheiße! Kommst du mir, kommst du mir, kommst du mir! Scheiße! 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 Schnell! Was geht's? Ich muss zu machen! Ich muss... Oh, scheiße, Digga! Oh, Gott! Bin... Oh, okay. Oh, fein! Alter, hast du mich erschrocken, Alter! Nein, geh jetzt da nicht weiter! Hä, doch, Alter! Da gibt's, glaub, ne Kiste! Ne Kiste! Ja, komm, dann komm ich auch zu! Okay, sag mir bitte das Wort! L-A-B-Y Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Egal, schwarze Wolken! Dein Ernst! Ja! Ja! Hier ist nochmal so ne Schwuchtel! Chill, aber du machst ja nichts! Ja! Bei mir ist halt so, wenn ich kein Karaboo... Du Schwuchtel! Ey! Ja, was machst du jetzt hier? Ja, keine Ahnung! Ich dachte, die gibt's irgendwo ne Kiste! Könnte sein, aber... Ich glaub ich... DIOS! Wo? Oder? Ah! Scheiße, Creeper! Nein! Ich wurde vergiftet! Hilfe! Nicht was! Die Herzen hast du? Scheiße, nicht viel! Fuck! Ich muss essen! Gib mir Essen! Gib mir Essen! Warte! Oh mein Gott, scheiße! Zwei Herzen! G�! Oh genau, du kannst regulieren... G- Ge mir Essen, Liga, ist Hügggg! So ne Scheiße! Ich beschütz dich, warte! Warte kurz hole kurz Ladekauze! Dein Ernst! Alter ist der dumm! Egal, man sieht seh nichts dran! Ich hab's übelst wie der Monster! Will ich auf jeden Fall! Komm mit! er ist die Folge bändet der Pass auf Rennweg es war hier um die Gäste ab zu ihm langsam hoch oder so die Spieger 1 weiteres ich höre bei diesem geschehen ich habe eine Kartoffel er war ja auch mal mein Gott was habe ich hier drin zwei die aus einfach schwören das war alles klar ein vor Ort sich hier geht's kann wo was so wie ein Volk auch hier 3 die wo ein zweiter mit dem das Essen mit dem Grundeiger um in der ersten Saison das Lapp ist ein Jahr er fähig sind wieder am Anfang er ist hier wo wir gestript meint haben ja und wir kommen für uns mit und zwar zu sammeln und stück zu schätzen nicht so nicht alles käme okay er lassen sich hier noch Sekunden wie du kamen vielleicht habe ich diese Folge heute nicht hoch schon dabei Reikon ich hoffe einfach dass sie auch dass die Schwarzbeut das alles gewaltig ist denn hier ist da gibt es die weil da haben wir genau 6 die ist und damit können wir uns die Spahn erstmal schon noch paar Sekunden noch genau ja das war ja ja mit einem bisschen Fehlfolge ja scheiß auf die Gruppe aber ich glaube dass wir einfach nicht Zeit benutzen einfach im Kampf nicht ja weil so ist eigentlich kein Problem weil das schon mein Gott ist krüpp ja okay komm das ist einfach komm okay warte warte ja ist egal du hast ja nichts gemacht ja komm schnell das sowieso in der Folge hier haben wir das L A B wie schon gesagt ja komm mal also das egal ich weiß nicht nächstes mal einfach warte komm weg alles so okay geh kurz da nach hinten vorne nice okay alles klar Leute okay ich würde aber sagen das war's mit der Folge jes oh mein Gott okay das ist ja was